Leute, was geht? Ich hoffe, der Beat geht gleich voll fit von der Lautstrecke her. Wenn nicht, muss ich es neu aufnehmen. Aber ich habe hier gerade einen Text hingeschritten. In so ein, zwei Minuten. Deswegen kann ich den auch noch nicht auswendig. Muss halt auch alles mit meinem Tablet aufnehmen, weil mein Laptop noch statt ist. Aber egal, gönnt euch. Wo bleibt die Antwort? Ich wart schon seit zwei Monaten drauf. Schießt in den Kommis, doch kriegst du deine Fresse nicht auf. Vor kurzem bringst du dann endlich ein Video raus und sagst, dass du dich jetzt endlich an Kava ran traust. Du bist halt zu und kreativ für eigene Texte und hast einen gesehen. Naika Kuhn ist der Beste. Delo, du Zigeuner, fick weiter Hunde. Denn jeder weiß, du bist eine Nutte. Und jetzt folgt mir auf Snapchat, Instagram und all diesen schwulen Plattformen. Da Twitter für gar deine Sneakpeaks, die es eh nicht geben wird. Aber ich will Follower und so, ihr wisst Bescheid, Alter. Schaut in die Beschreibung, Delo ist nicht verlinkt, weil ich keinen Bock habe, das zu machen mit dem Tablet. Aber, keine Ahnung, guckt ihr auf dem Kanal, du findet ihr ihn. Haut rein, ciao, ihr Wichser.